Du mir einen gefallen. Ich will nicht, dass du Fußballprofi wirst, okay? Eine hohe Liga, okay? Italien spielen. Okay, mach es. Geh morgen trainieren. Ja, 100 Prozent. Was ist das? Mach nichts laut! Mach du Scheiss aus! Mach du Scheiss aus! Ich telefonier gerade. Mein Handy! Ich verkaufe so ein Backpufflo für 10 Euro, okay? Das ist aber mehr wert. Das ist mir scheiss egal. Ich wollte gerade spielen. Alles mag! Vito, sagen was du denkst! Ja Nino, du sollst aufhören zu zocken, du zuckst zu viel! Halt's Maul! Halt's Maul! Vito, gut gemacht. Ja, ist gut. Aber ich will keine Probleme selber lösen. Halt's Maul! Okay. Du dreckst auf! Okay, du nicht mehr zock hier! Mama mia! Und du brauchst die Szene! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Das war Nino! 100 Prozent Nino! Was? Ey, du schieb auf dein Brot? Nein! Ich hab nichts! Ey, was macht er bitte dich? Guck mal! Du kaufe neu! Nichts soll sie noch! Oh! 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 угalbass! Angas Hannah! Guck malbass!